Hallihallo und herzlich willkommen schon wieder mal zurück zur Road to Level 90 und es sind wieder mal dabei der Wonka und ich der Hierika. Ja, momentan nehmen wir sogar ziemlich oft auf, genauer gesagt in den letzten vier Tagen dreimal oder so, was einfach tierisch Laune macht und ja, wir müssen noch mal in versunkenen Tempel, soweit ich mich erinnere. Ja, einmal, also wir nehmen ein Questing. Ja. Toll, da hat schon einer abgelehnt. Ich habe gerade ganz unauffällig schon meine Tastaturbelegung gemacht. Okay. Und Glyph noch reingemacht. Ja, so ist das. Wir müssen uns ja schon ein bisschen vorbereiten auf Rock in Park. Ja, genau. Sonst kommt da nichts. Ja, richtig, dass wir da genug haben. Und gestern haben wir die 100 Likes geknackt. Yeah! Yeah! Ja, es ging dann irgendwie relativ schnell. Ja. Auf einmal. Keine Ahnung. Und 1DD schläft wieder. No. Jetzt mach. Du. Los. Heute wieder die neue Xbox vorgestellt, gell? Ach stimmt, heute ist ja der 21. Ja. Bin ja voll gespannt irgendwie, was sie so kann im Gegensatz zur Playstation. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob dieser gemunkelte Online-Zwang wirklich ist. Ja. Ja. Wenn sie das machen, dann haben sie für mich schon verkackt. Ja, das wäre echt scheiße. Oh Mann. Ja, mal schauen, was sie machen. Ja. Ja. Habe ich ja morgen an der Uni was zu lesen. Ja. Oh Mann. Was ist denn los, He? Ein bisschen fail. Ja, gell. Eieieieiei. Na ja. Jetzt was cooles im Aha. Ich weiß nicht. Seidenstoff ist zu teuer, wie immer. Hm. Gucken wir jetzt eigentlich rein, wenn wir zufällig anmelden. Mann, warum sind die Schilder für das Level so teuer, He? Keine Ahnung. Wir könnten eigentlich auch zufällig melden, weil da ist die Alternative nur der Gefängnisblock und das wird eh nicht so lange dauern. Ja. Ja, mach lieber mal das vielleicht. Geht das ja auch schneller. Ja. Außerdem kriegen wir da mehr LP. Okay. Ach ja. Ja. Es geht viel schneller. Viel schneller, He? Echt heftig. Ich bin begeistert. Es ist jetzt 16.55, also eigentlich. Gell. Na. Vielleicht gibt er jetzt mal. Vielleicht, ja. Vielleicht haben wir ja mal die... das Riesenglück. Ja. Wir haben sogar noch das Richtige erwischt. Jetzt können wir die Indy dann auch fertig machen, oder? Ja. Müssen wir nicht rausgehen. Die Bonus-DP können wir ja gut brauchen. Ja. Lassen wir die mal nicht stehen hier. Die Typ. Ja. Ja, da, 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 da. Ich will wieder dementschleudern, man. Ja, man. Geh wieder ab. Ja, wenns viele Mobs sind, dann gehst du ab, ja. Das ist echt cool. Was ist denn? Ich bin hier gar nicht festgegangen. Äh. Fault der Damage, ey. Na ja. Ich hab voller Unterschied, ey. Ja. Voll dürftig. Hier rein? Ja doch. Ja, da müssen wir auf jeden Fall rein. Alle herkommen. Nein. Ach. Das einzige was ich nicht belegt habe ist Schattenwort tot. Oh. Das ist das voll witzige Schattenwort tot. Ja man. Heilt halt leider nicht. Ja. Ja. Oh yeah. Der Raum wieder. Geht's wieder los. Ich hab voll Bock drauf auf den. Das glaub ich dir aufs Wort. Was kommt mir die ganzen coolen Geister, ey. Ach, freu ich mich wenn der Level 90 ist, ey. Ja. Oh man. Das sind alles Geister. He. Ja man. Das ist voll scheiße. Oh, jetzt folgen sie mich, ey. Uiuiuiui. Jetzt sind sie tot. Nicht dass sie's übertreiben hier. Ja. Ja. Das Hunterpad pullt man. Ja. Kein Problem. Das ist ja voll das Vorurteilen, ey. Pum. Pum Junge. Voll. Ich bin im Pum Modus. Diesmal hast du dir nicht vergessen zu looten, gell. Ja. Ich hab's schon im Kopf. Okay. Ja, noch ein Geist. Ich bin ja froh, dass sie auf dich gehen. Ja. Ja, so viel damage machen die ja nicht mehr. Ja. Ja, aber trotzdem ist es nervig, wenn sie unterbrechen oder so. Also, verzögern. Ja. Oh, ist jetzt noch kein Geister. Ja man. Da ist er. Ja. 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 Ja, aber trotzdem ist es nervig, wenn sie unterbrechen oder so. Ja. Scheiß Tote M... Die Kanone klärt wieder. Vielleicht er benimmt die ja diesmal, ey. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Bis jetzt sieht es gut aus. Ja. Da war. Ah nein, das war alles tot. Na. Das scheiß Ehrgriff, ey. Ja. Wow. Oh yeah. Oh yeah. Geil. Einfach nur geil, ey. Oh, da habe ich die Hose gewonnen, hey. He. Den Propheten killt. Geil. Oh, sieht aber echt sexy aus, ja. Sieht aber besser, ey. Voll sexy aus wird, hey. Natürlich sehe ich den gar nicht. Bei mir ist die Robe drüber. Oder? Ist das die... nein. Ist meine Robe. So scheiß ich kann den nicht anschauen, ey. Na. Ah ja, so wichtig ist es auch nicht. Ja. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ach ja, die kicken wieder. Ja. Ja. Ach ja. Und lieber bei der Arbeit holt so. Ja, ging. Das war wohl... Am Anfang war es echt heftig, ja. Weil... Feiertag und sowas, man. Ja. Alle abgegangen. Ah ja. Oh. Oh. Ja, das war's für dich. Oh. Ist voll immer, ey. Oh Mann. Gleich gesnackt, ey. Bist quasi der Ninja-Looter hier. Ja. Einfach so gesnackt. Ja. Bei mir war Arbeit heute nicht viel spannender. Ja. Ganz angenehmer Arbeitstag eigentlich. Hm, gegen was tauscht ich es aus? Okay, ich weiß es. Ich pull dabei mal. Jo. Morgen geht's Uni wieder weiter. Oh je. Ja. Geht's ab, hey. Ja, morgen ist wieder ein sehr spannender Tag mit einer Vorlesung. Oh. Das sind bestimmt immer die Wichtigsten. Ja. Ich hab nie wichtigere Tage an der Uni als das. Ja. Ich hab nie mit dem. Ich hab nie mit dem. Ja. Ich hab nie mit dem. Und das ist die eine Vorlesung wichtig. Ja. Sonst könnte man sich den Tag ganz sparen. Äh. Toll. Ja. Hat sie und eilig. Ja. Ja. Die Kanone hat noch Cooldown, ey. Oh nein, das heißt wir werden jetzt sterben. Die Kanone kann nix machen, hallo, natürlich sterben wir jetzt. Wir haben den Damage der Kanone nicht, ja? Das ist eigentlich gleich Instant Vibe. Instant Vibe, ja. Können wir gleich sein lassen. Oh, der hat doch geschafft. Oh, kein Epic, ey. Ist ja auch zu hart, wenn das zweimal droppen würde. Ja, ein bisschen. Yeah. Geil. Ich hab den Oman gewonnen. Ich hab den Stab gewonnen. Wird ja immer besser. Schrauben wirklich voll ab, ey. Ja man, das lohnt sich auch voll für uns. Mhm. Der Ring hat sich schon gelohnt, aber. Ja, der schon, aber. Der Stab ist natürlich sehr wichtig für dich. Ja. Oh, hier, Wildenskraft-Handschuhe. Auch geil. Hammer. Ist voll lustig mit der Glyphe jetzt. Jetzt kann ich Sühne im Laufen einsetzen. Okay. Ist voll cool. Ja, ist nicht schlecht. Kostet halt dafür mehr Mana. Hm. Wie viel? 20% mehr. Oh. Aber das interessiert mich auf dem Level definitiv noch nicht. Nee. Später vielleicht, aber keine Ahnung. Ja. Ja, da wird man dann sehen, ob das interessant ist oder nicht. Warum? Achso. Sag dich, der Schurker hat die gepult in der Mitte. Nein. Alles ist möglich. Diesmal nicht. Diesmal waren sie alle ordentlich, ey. Alles ist möglich, Donnerstag. Genau. Auch wenn nicht mal Donnerstag ist. Dann machen wir einfach Donnerstag. Ja, also, heute ist Donnerstag. Ja, habt ihr auch gewusst, oder? Ja. Vielleicht kommt die Folge ja zufällig wirklich an, am Donnerstag. Das wäre natürlich... Cool, irgendwie. Irgendwie wäre es lustig, ja. Aber irgendwie wäre es auch ziemlich egal. Ach was. Ich bleibe natürlich genau vor meiner Wahl, ich stehe nicht mal, ey. Genau so funktioniert's. Der ist eingeschlafen. Toll. Idiot. Voll der Idiot. Ja, übel, ey. Vielleicht muss ich Kanone wieder zum Einsatz kommen. Toh, ich hab Akku von dem einen. Äh. The fuck. Voll der hat mich hochgeboxt. Ja. Boah, der eine gleich mal auf ihn kommen. Da oben war's.